Wir sind seit 1951 an diesem Standort. Das ist ein grosser Meilenstein in unserer Geschichte. Wir wollen grundsätzlich die Besten sein in Qualität und Preis. Das können Sie nur mit den modernsten Einrichtungen, mit den besten Mitarbeitenden und das vereinen wir hier mit dem, was wir hier gebaut haben. Nicht zuletzt mit der Kompetenz natürlich von BASF und RM. Wir schätzen die Qualität und die Zuverlässigkeit von RM und BASF und es passt bestens zu unserem Firmenbild. Auch unsere Hersteller arbeiten ja eng mit BASF und RM zusammen. Somit ist das ergänzend. Wir müssen ja mit der umweltschonend umgehen. Das braucht Produkte und es braucht Methoden, wie wir Karosserieschäden bearbeiten. Und das können wir genau mit den Produkten von RM natürlich sehr gut und umweltschonend. Wir definieren natürlich die Partner, die mit uns den Weg in die Zukunft gehen und da ist RM und BASF ein sehr verlässlicher, zuverlässiger, qualitativ hochstehender Partner und ergänzt eigentlich unser Credo von Qualität und Fernpreisen. Wir kommen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.